hallo hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir hier so schaut es aus wir haben heute neue primetime karten wir haben neue hockey roots karten wir haben neue stars auf der mann wir neuen hudrush die die ganzen karten wirklich auch wieder auf die auf die x-faktor karten aus und wir haben die die winter setzt da der herbst ist vorbei und da schon mal ganz ganz wichtig am anfang seht ihr jetzt doch hier seht ihr das allererste set hier da kann man seine übrigen herbst collectibles eintauschen eins zu eins und kann damit winter collectibles machen würde ich jetzt definitiv jeden empfehlen ich hoffe dass ihr so schnell wie möglich dann die 20 wer für die x-faktor ankommen für die x-faktor choice pack ich habe jetzt noch drei stück hier drin ich glaube den ladies habe ich noch ein bisschen mehr werde ich alle hier eintauschen und dann wenn wir den hudrush spielen kann man natürlich auch ruckzuck wieder die 20 spieler voll machen von den von den sachen die sie drin gibt es alles gleich aber auch wieder ein x-faktor spieler kostet ja 20 karten ganze geht 90 tage und jemand zum beispiel mal eins drin wenn wir die aus dem aus dem tauschtabel beziehungsweise aus der post eingang noch nehmen dann haben wir auch wieder die drei stück hier drin das hier soll die wirklich als erstes machen wenn ihr noch was übrig habt und ich alle am schluss noch verbraten habe für irgendwelche 81 spieler dann das hier definitiv machen schaut aber mir auch so aus die drei stück sind uns hier drinnen ja bevor man zu den karten noch mal was in eigener sache also wenn euch mein zeug hier mein kanal gefällt lasst mir ein like da hilft mir gewaltig über diesen youtube-algorithmen abonniert meinen kanal dass ihr seht immer wenn ich online gehe und ja damit legen wir auch direkt los noch was anderes wo ich auch sehr stolz bin ich glaube in division 2 in rivals aufgestiegen war ein harter kampf für die die wo es live mit bei twitch erlebt haben würden bestimmt mit gefiebert haben aber ich jetzt hier auch offiziell in division 2 zwar noch knapp aber ich hab's geschafft danke oktober danke dir los geht's mit den neuen karten den anfang macht hier von team russland der 85er nikita seitsev ein linker verteidiger 1 88 groß 88 kilo mit schlenzer und bombardiert so wie den flügelmann und die superstar fähigkeit ist die wildheit also hier wäre ich definitiv bei bombardiert dazu den flügelmann an kann jetzt schaden kommt auf 87 beschleunigungen nur 86 tempo leichter abtöner der schuss auch nicht wirklich gut als selbst mit bombardiert sind wir dann bei 80 genauigkeit bei 90 kraft ja zumindest nur bei 90 kraft ist okay vom defensivwerte vom checken ganz gut auch mit dem mit dem flügelmann angeht normales defensivbewusstsein nach oben die king fehlt auch ein bisschen also wenn er zu zwei 5 wäre 81 die king okay so wäre es mir zu wenig handaugenkondition nur bei 78 geht dann zumindest auf 80 mit schlenzer aber das wollen wir nicht ankriegen also von dem her gibt es definitiv bessere karten wie das nikita seitsev dann haben wir aus finland in 86 grad tivo terror weinen ein rechter flügelspieler 1 80 groß 87 kilo mit protektor oder schlenzer dazu den gladiator und der präzise pass seine superstar fähigkeit also auf jeden fall 91 beschleunigungen 90 tempo so das minimum also wir sind gerade schon mittlerweile so weit dass ich sage wirklich 90 beschleunigungen 90 tempo ist das minimum alles dann drüber ist es dann ist dann gut wenn man die synergien so ankriegt geht zumindest geht es die king auf 96 oder natürlich fantastisch ist der schuss ja kann man so lassen ja body checken nur bei 80 und er ist nur 1 80 groß leichte abtöner also hier wäre noch lieber gewesen wenn jetzt gladiator und hammerschuss gehabt hätte dass beide sachen aufs body checken gehen leichte abtöner schuss blocken ab geht dann zwar ein plus sieben hoch ob man beides jetzt so ankriegt aber das ist nicht was man merkt mich ich lege mich mal lieber selber dann in den schuss als dass die cpu macht definitiv bewusst einmal 90 auch ganz okay also eine okaye karte aber jetzt auch also zum beispiel basis crosby wäre mir auch jetzt lieber hat die gleichen maße gut ein paar kilo mehr kann sender spielen und ist fast genauso schneller wäre mir lieber als dieser tippo terrorweinen dann noch mal von team canada den 86er danken keith der muss sich mal überlegen ob der ob noch in der NHL spielt aber tut er noch er ist ein rechter verteidiger ein 85 groß 87 kilo mit verteiler oder funke und gladiator dazu in rückwärtsgang als eine superstar fähigkeit also mit mit verteiler ankommen auf 90 tempo ist es okay der schuss bei 89 kraft zwar aber die genauigkeit recht recht wenig geht es dann mit den gladiatoren sogar auf 91 handgelenkschuss kraft würde mir auch was lieber sein was auch was auf den auf die schlagschuss kraft geht von rein von dem verteidiger auch hände händelsen soweit gut checken dafür jetzt auch ein bisschen auch nur 1 85 also keine zwei meter hühne defensiv bewusst sein bei 90 ist gut bullys spiele ich keine also an sich eine gute karte aber auch da ich glaube der 83er ducky hemmel ist ein bisschen langsamer ist ein stück größer fast den gleichen schuss wäre mir lieber als dieser tanken keith dann haben wir aus der schweiz den 87er timo meyer rechter flügelspieler 1 83 groß 95 kilo mit flügelmann oder magier dazu noch den verteiler superstar fähigkeit der scharfschütze aber mit beiden anzimmern auch im anführungszeichen nur bei bei 88 beschleunigung 88 tempo schussumschnitt bei 88 hände bei 88 checken bei 88 und das defensivbewusstsein geht auch nur auf 94 hoch und den flügelmann hat also auch so eine er so eine durchschnittskarte der ist nicht besonders groß ist nicht besonders schnell das ist kein besonders guten schuss ich sag mal in den nächsten karten die karte die sind auch alle so also auch nicht unbedingt empfehlung dieser timo meyer dann mal aus team schweden in 88 elias pettersson ein center 1 88 groß 80 kilo mit hammerschuss oder gladiator dazu noch buzzing superstar fähigkeit ist die urgewalt hier wäre ich auch beim beim gladiator dann geht das ball aus ball check auch noch mal hoch gut hammer schluss wäre okay ich würde sogar versuchen buzzing anzukriegen ich finde halt die pettersson karten keine keine guten karten zum allgemeinen weil für den center hat er immer zu wenig face of rating und für einen flügel ist das schon fast zu langsam und das ist zwar okay mit 90 tempo jetzt aber es hat auch schon eine 88 karte der schuss ist soweit gut hände sind gut kann man nicht meckern aber ich weiß ich komme den karten nicht zurecht damit auch seine x-faktor karte karte upgrade bar von 86 auf 88 der upgrade auf 87 kostet euch da 50.000 münzer oder zwei power collectibles damit kommt der magie noch mit dazu und dann der upgrade auf die 88 version kostet euch nochmal 50.000 münzer oder zwei power collectibles ihr bekommt nochmal ausgewogen dazu und den puck am faden als eine superstar fähigkeit ich sag mal hier mit verteiler geht dann ist man zumindest bei 91 tempo immer hier dann noch den dieb geht dann hat er zumindest ist aber zumindest über 80 beim face of da kann man schon spielen lassen für mich keine keine gute karte auch von den von den fähigkeiten wird jetzt gar nichts aktivieren also für mich keine gute karte ich glaube ein tausch bei der das wäre so ein kandidat ich würde den den upgrade rückwärts machen und würde es versuchen zu verkaufen gerade jetzt wo wenn da wenn da ein upgrade rauskommt dann gehen die immer ganz gut auf dem markt weg wäre hier mein weg den ich hier wählen würde dann haben wir von team kann er den 88er duggie hamilton ein linker verteidiger 1 98 groß 104 kilo er hat bombardiert oder den knipser sowie gladiator und kreisel hat seine superstar fähigkeit also hier werde ich auch beim beim bombardierter ist der schuss von der von der präzision bei 89 bei 2 bei 93 schlagschusskraft ob man den gladiator wirklich braucht damit das body checken hoch geht weiß ich natürlich würde ich jetzt gar nicht mehr so machen wenn man erst groß genug und halt auch für die größe ich habe es gerade schon erwähnt 89 beschleunigung 88 tempo gute karte von duggie hamilton für die größe der lässt sich nicht so leicht vom tor weg schieben kreisel ich nicht anmachen das dazu ist er dann doch zu unbeweglich also das hat jetzt keinen sinn finde ich wäre mir bei einem wendigen spieler lieber als bei so einem zwei meter höhen aber trotzdem super karte von duggie hamilton und damit auch seine x-faktor karte upgrade bar auf 88 der april 87 kostet er 50.000 münzen und zwei power-up collectibles und da schon mal den verteilern mit frei das macht dann später noch interessant sein weil der upgrade nämlich auf 88 macht nicht nur die beschleunigung des tempo 1 höheres und wir kriegen auch den flügelmann dazu sowie schick schon also ich wäre hier wenn ich upgrade kostet 50.000 münzen oder zwei power-up collectibles jetzt mit die variante die 88 mit verteilern ist ja bei 90 tempo das ist halt grafik für die größe angesprochen schon echt super und hier werde ich natürlich auch bei bombardiert dann sind wir den gleichen schuss werden die man gerade schaut und der upgrade hier definitiv empfehlenswert kann nicht schaden ich finde es ich finde den duggie hamilton immer super gerade weil er eben auch groß schwer gemein und auch schnell ist den abschluss der heutigen hockey roots karten macht der 90er matthew katschak aus den usa er ist ein rechter flügelspieler 1 88 groß 92 kilo mit flügelmann oder arbeitstier dazu noch bussing und die superstar fähigkeit ist der nahe kampf ich bin ja kein fan von den von den katschuk hat weil mir eigentlich mal zu langsam ist aber wenn ich jetzt so mit den beiden sachen hier an sind bei 89 beschleunigung 88 tempo gar nicht mal so schlecht muss ich sagen der schuss bei 290 im schnitt hände im 90er bereich check in 90er bereich verteidigungswert ist und hoch außer schuss blocken aber das merkt man halt und auch hier würde ich sogar versuchen den nahe kampf zu aktivieren und dann ist dann kann er sich vor dem tor parken und kommt erst kommt ja ist nicht leicht leicht aufzuhalten also eine gute karte von matthew katschak und damit auch seine x-faktor karte upgrade bar zwar nur von 89 auf 90 kostet ihr euch auch 65.000 münster drei prob collector wird es aber damit kriegen noch den knipser dazu und die mega ablenkung das ist wieder das wirklich hier den panzer an dass er vor das tor fahren kann ohne aufgehalten zu werden dann auch die mega ablenkung gar nicht mal so übel hier werde ich jetzt auch beim verteilen wenn man hier bei bei 89 tempo und wenn wir hier haben dann noch die skating synergie gleich beim dieb wahrscheinlich und hier noch den 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 knipser an der kann nicht schaden gerade was die balance angeht und auch das offensiv bewusst sondern so also an sich echt eine gute karte klar noch nicht ganz der schnellste wo man sich eigentlich für eine 90er karte erwünscht aber gute karte hier dann haben wir noch ein paar nennenswerte primetime karten den anfang machte der 85er pro stars die von den winnipeg jets ein center 1 83 groß 87 kilo mit flügelmann oder bussing oder und bussing dazu den präzisen pass also das so angekriegt ist zumindest vom skaten erhöhe wie seine karte und halt 86 am face off die die der defensivbewusstsein stick checken über 90 also eine gute karte für die dritte für die reihe als center präzisen pass kann man ja anmachen schadet nicht klar ist nicht der nicht die überkarte aber so fünf sender eben für die dritte für die reihe gerade wenn er vielleicht diese beiden synergie noch braucht kann man den getrost einsetzen dann haben wir von den von den minnesota wilden sieben asker kirill capri sonne also ein rechter flügelspieler 1 78 groß 91 kilo mit protektor oder hammerschuss dazu noch ausgewogen und in scharfschützen also ausgewogen wenn die wenigsten anhaben das wäre so das letzte war bischof hammer gesagt hier wäre ich extra beim hammerschuss das body check noch ein bisschen hoch geht die hände sind eh schon im 90er bereich muss es nicht zwingend der protektor sein scharfschütze ja braucht man jetzt auch nicht unbedingt da würde ich lieber in andere karten investieren an sich eine gute karte da natürlich noch weit bis eine x-faktor karte irgendwann mal hoch geht weil die eh schon bei 290 ist von dem her würde ich einfach bevor ich mir den jetzt kaufen würde würde ich würde ich würde ich den 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 x-faktor weiter upgraden falls ihr noch nicht bei 290 seid und wenn ich ihn wenn ich ihn ziehen würde würde ich ihn verkaufen mit davon spieler kaufen um eben die x-faktor karte von ihm abzugraden ganz einfach dann haben wir von den dallas stars in 86 kamiro heiß kann ein rechter rechter verteidiger 1 85 groß 86 kilo mit magie oder bussing dazu noch den hammerschuss und den monty als eine super star fähigkeit also mit bussing ist immer zumindest bei 88 tempos 87 beschleunung dabei bleibt der schuss auch eher so mittelmäßig im schnitt bei 86 so wie die karte ist zwar okay aber jetzt auch nichts herausragendes mit dem mit dem hammerschuss geht das body check noch mal hoch magier kann auch nicht schaden weil die karte doch noch vom deken her unter seinem wert ist pokonore bei 91 ist nice defensivbewusstsein bei 90 widerstandsfähigkeit bei 93 an sich eine gute karte auch wenn es einer von den ersten beiden verteidigungspärchen ist wo denn wenn er da spielt dann würde ich auch sogar versuchen dem mond hier anzumachen kann ich kann es schaden von einem von einem blue liner noch mal der schuss besser wird abschluss der neuen primetime karten heute macht von den vegas golden knights der 88er shay theodore ein rechter verteidiger 1 88 groß 88 kilo und magier oder knipser dazu noch bussing und den one t da eigentlich das gleiche wie beim wie beim heiß kann ich würde versuchen den knipser wahrscheinlich sogar anzukriegen weil es weil es die king eh schon höher ist bussing kann nicht schaden geht auf 88 tempo hoch schuss von der kraft her bei 91 ist okay hände kann man lassen checking aus so weit okay man ist fast 1 90 das ist auch kein upturner jetzt und ja das magie welche nicht weder er beim knipser damit würde der handgelenkschuss noch mal besser ja das verteidigt jetzt auch eher zweitrangig der handgelenkschuss aber kann natürlich nicht schaden und damit auch die x-faktor karte von ihm upgrade bar das betrifft er mich auch von 87 auf 88 kostet euch und mich zwei power collectables oder 50.000 münzen damit kommt der dieb noch mit dazu und die superstar fähigkeit das sehen der auge bei ist natürlich auch wenn es kein center ist geht damit bei bei 96 defensiv bewusstsein bei 94 stick checking und police ist wurscht die schlagskraft wird noch mal besser guckte mal kurz in meinen leiter wie das ausschaut wenn ich ein upgrade mache das spielt bei mir auf der falschen seite aufgrund der der übermenge an linken schießen verteidigen die ich habe aber sehr wurscht also jetzt den noch hoch macht für die zwei collectables ich habe das noch eins glaube ich gerade morgen gibt es belohnungen lassen wir erst mal und damit dieb an ist der schlagskraft bei 94 von verteidiger aus über mehr und dann noch vielleicht sogar sehen der auge mit an dass der noch mal präzise und auch noch mal kräftiger wird dann kann er echt eine also mit einem heben kann das nicht aufnehmen er ist auch vom schuss noch ein bisschen besser obwohl da mal 200 82 93 bis 28 83 94 und der hittmann ist bei 2 93 nimmt sie nicht viel upgrade werde ich auf jeden fall machen habe aber erst morgen wenn die belohnungen da sind da haben wir noch drei neue stars of the month karten der anfang macht hier von north bay bataillon der 88 kyle jackson rechter flügelspieler 1 80 groß 65 kilo puh damit knipst dann magier dazu noch herz und seele und bassing welche bei bassing klar dass man bei 90 tempo hier vom von 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 der synergie welche wäre ich wahrscheinlich beim knipser 99 schlagschuss kraft 99 handgelenkschuss kraft also diese karten sind echt immer komisch verteilt muss ich echt sagen aber 89 beschweigung 90 tempo dann mit dem mit dem bassing an und bei dem schuss kann nicht schaden also auch komische karte komisch verteilt der rest ist alles eher so durchschnitt sogar unter durchschnitt wenn man bedenkt ist eine 88 karte widerstandsfähigkeit auch bei 99 ich habe noch keinen von diesen von diesen spielern kappt also von den stars of the month aber würde mich echt mehr interessieren wie die so spielen gerne mal dazuschreiben bitte dann haben wir von blainville boys brillant amada den 88 miguel torini auch schon team der woche karte gehabt er ist ein linker verteidiger 1 73 groß 75 kilo mit funke oder gladiator dazu noch protektor oder hammerschuss superstar fähigkeit sehr präzise pass 92 tempo 92 beschleunigung super schusskraft bei 99 auch wenn die widerstandsfähigkeit bei 99 also ganz ehrlich wenn das wenn da jetzt in hamilton kommt dann ist der da ist der torini nur noch ein klecks an der wand ich würde hier versuchen gladiator anzukriegen und auch hammerschuss dann geht das body check noch mal hoch vielleicht hilft es ein bisschen was aber generell ich sehe nicht wie der groß stick checking machen soll vor dem tor gerade in unterzahl vielleicht sogar noch auch wenn es eine 88 karte ist vielleicht im powerplay ein bisschen eister drängen flitzen kann aber da ich habe bei mir meto shane dann immer im powerplay stehen also wäre jetzt keine empfehlung irgendwo den einzusetzen sorry und dann von den winnipeg eyes haben wir den 88er matthew savoy interessant weil er auch die die na die hood champions karte schon gehabt ohne 88er schauen wir uns da einen vergleich dazu gibt mir jetzt alles gleich ok hat sich nichts getan schon trotzdem mal an also er ist ein center 1 78 groß 82 kilo mit flügelmann oder funke dazu gladiator oder bussing das heißt wenn man hier wirklich den den flügelmann ankriegt und dann noch bussing sind wir bei 90 beschleunigung 89 tempo also niemals ein center ausschuss schuss im 90er bereich kann man lassen zwar ganz so überpowered mit irgendwas 99 aber kann man lassen ich würde nicht als center einsetzen allein von der größe auch noch 70 am phase auf kein deep dabei kein herz und seele dabei mich wäre damit ein linker flügelspieler und da auch ja ich sag mal wer so wer so ein brink hat oder coffee hat der kommt mit dem auch hier klar aber wir werden die beiden zu klein und zu schmächtig er hat es gut er hat 82 kilo ist noch ein argument aber dafür hat auch keine 95 skaten oder sowas also jetzt auch nicht unbedingt eine empfehlung und nachdem heute dienstag ist gibt es natürlich auch einen neuen hood rush nennt sich ferien hood rush setze in dieser fünf gegen fünf rush sitzung deine besten hutspieler ein das ganze geht dann über drei drittel jeweils eine minute natürlich ohne money park einmal fünf gegen fünf ihr müsst hier zwei tore mit einem bauern trick erzielen zehn harte jacks machen zehn bauern trick schüsse machen die nicht ins tor gehen müssen 20 spiele gewinnen und 20 tore mit einem center erzielen habe das bei mir ganz ganz geschickt macht ich habe bei mir einfach die kompletten stürmer mit center besetzt also also mit mit dushane in der mitte und mckinnon und den news an der seite damit erleichtert mir dass diese 20 tore zu schießen mit dem center das ist ein guter guter tipp kann ich nur empfehlen auch hier wieder auf rookie spielen danach wenn ihr irgendwann durch seid dann könnt ihr immer noch auf volle pulle spielen das zweite ist maskottchen rush finde ich das sehr nervig wir haben mal konstruieren tor draften irgendwelche irgendwelche maskottchen aus verschiedenen teams das ganze geht über zwei dritte mit jeweils zwei minuten und money park das ist noch der vorteil hier ihr müsst hier zwei tore nach einem pass durch die beine erzielen gut das war das schnellste sein ihr müsst hier zehn tore mit einem snapshot erzielen 20 schlagschüsse machen 20 snapshots machen muss bei uns nicht ins tor dafür müssen 30 tore geschossen werden und dann gibt es jeweils ausgelt in beiden modi 250.000 punkte plus die punkte wo noch im spiel macht belohnungen haben wir hier das übliche silber spieler anpassungs choice pack habe ich immer noch drei ungeöffnete drin wir haben ja ein mini pack 500 münzen dann haben wir hier schon ein neues saisonales winter sammeln objekt im basis pack nummer 500 münzen goldspieler basis pack goldspieler goldspieler münzen vier goldspieler premium pack drei goldspieler jemand dann zwei saisonale objekte danach haben wir noch ein hockey routes event sammeln objekt also wer jetzt hier noch doch einen spieler machen will und sei es nur um 86 grad zu haben dann kann man das hier noch hat man hier noch ein collectible mehr goldspieler goldspieler ein mini pack dann noch mal zwei so event sammeln objekte wir haben dann hier drei winter objekte ein schumbo premium park und ganz am schluss bei 2,5 millionen gibt es einen 83er world junior championship spieler choice pack ich denke mal auch wenn man drei auswählen können aus diesen je nachdem ob sie dann gold silber oder bronze gewinnen noch um 5 3 oder 1 steigen also ob man sich darauf verlassen kann man selbst wenn die gold gewinnen ist es halt eine 87er karte 5 6 7 88er karte ja auch für gerade wer jetzt noch einsteigt oder jetzt am freitag seine konsole beziehungsweise am freitag das spiel bekommt für den markt ist dann wahrscheinlich am anfang mit pro cop und mit dem 88er matthews wenn es die drei besten spieler sein das kann man hier dann so in dem fall auf jeden fall empfehlen ja mehr neuen content aber heute nicht morgen haben ein neues team der woche oder ein anderes team der woche über diese woche ja morgen meine hood champions und meine rivals belohnen da war ich in division 3 war das zähl noch mit division 3 im goldrang bei den ladies war ich in division 4 im silberan glaube ich ich habe keine ahnung und ja da geschaut mal was morgen rauskommt schau dir bei morgen wieder ein hier danach so null uhr bei bei youtube natürlich dann dauerhaft verfügbar und schau mir auch gerne bei twitch vorbei war ein riesen gaudi dass doch ein paar leute mit da waren und damit mit gefiebert haben fand ich sehr lustig also daher auch den kanal also auch nitro easyw gaming liken vielen dank fürs einstellen ich wünsche euch noch einen schönen abend und dann sehen wir uns bald wieder nämlich morgen in eurem denken sauber bleiben vielen dank tschau